Stopp! Wird schwierig, aber schauen wir mal. Stopp! Letztes Mal bin ich verloren. Wir wollen gerne gegen Deutschland spielen. Stopp! Bei den letzten Euro sind wir ausgeschieden. Sehr bitter in der Verlängerung. Diesmal wäre es schön, wenn wir das umdrehen könnten. Stopp! Gegen Österreich müssen wir auch gewinnen wegen dem da oben. Sonst muss man wieder was anhören. Stopp! Deutschland ist immer ein schwieriger Gegner. Aber wenn es so ausgeht wie beim letzten Mal, freuen wir uns alle. Stopp! Sehr guter Gegner. Ich habe ein Euro-Final gegen Portugal verloren. Ich will gerne in Portugal spielen. Die Auslosung zur Euro 2024. Live bei Magenta Sport und Magenta TV. Stopp!